Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und einem kleinen, aber exklusiven Gewinnspiel. Diesmal habe ich von Gearbox Publishing sechs Codes bekommen. Um diese Codes einzulösen, müsst ihr euren PSN Account mit der Seite von ARC Games verknüpft haben. Das heißt, das ist kein Gewinncode, den ihr direkt auf der Playstation eingeben könnt, sondern das müsst ihr über die ARC Games Code Redemption Seite machen. Und diese sechs Gewinncodes teilen sich auf, nämlich drei Gewinncodes für den Modebegleiter winziger Regenbogen Festiger und drei Gewinncodes für den Modebegleiter winziges kosmisches Regenbogenschwein. Ja, es sind nur Modebegleiter, aber Mode ist ja eigentlich das echte Endgame, wenn man sonst alles hat. Mode und Modebegleiter hat man eigentlich nie genug. Und diese Regenbogen Varianten der Modebegleiter, die gibt es sonst nicht so einfach. Außer bei dem Sommerfest Screenshot Contest Gewinnspiel von Cryptic und ARC, aber wir sind ein bisschen schneller und hier könnt ihr den winzigen Regenbogen Festiger und das winzige kosmische Regenbogenschwein gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, dazu kommen wir gleich. Zunächst gucken wir uns die Dinger doch einfach mal an. Man will ja auch nicht die Katze im Sack kaufen und den Festiger. Da ist er, der Kleine. Ah, ja. Er leuchtet in Regenbogenfarben. Immer mal wieder anders. Ich zoome mal rein, das ist ja ein bisschen klein, so ein Modebegleiter. Da ist er. Okay. Er lauft da nicht weg. Okay. Ja, ganz niedlich. Hallo. Ah, okay. Wenn er sich bewegt, hinterlässt er auch so einen Regenbogen Streifen. Ah, ja. Okay. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ja, wer Katzen mag, würde ich sagen, und Regenbögen, dann ist man hier schon mal ganz richtig. Regenbogenfesttiger. Okay. Das ist ja aber noch nicht alles. Den gibt es also dreimal, drei Gewinncodes. Drei glückliche Gewinner können dann diesen Regenbogenfesttiger haben und dann gibt es Regenbogenkosmische Schwein. Wo ist es? Da. Oh, fast unsichtbar. Da. Es leuchtet, die Augen. Ui. Und auch der hinterlässt so einen kleinen Schweif, wenn er so rennt. Okay. Jetzt bleibt mal stehen. Ist ja noch kleiner als der Tiger. Also leuchtende Augen hat man auf jeden Fall. Es ist das kosmische Schwein in Regenbogenfarben. Also wechselt immer die Farben. Und man sieht den Sternenhimmel. Ja, kann man machen, würde ich mal so sagen. Okay. Auch dafür habe ich drei Gewinncodes. Das heißt dreimal das Regenbogenkosmische Schweinchen und dreimal Regenbogenfesttiger. Und bei der Gewinnerziehung der Erste kriegt halt so ein Tiger, der Zweite ein Schwein, der Dritte wieder ein Tiger, der Vierte wieder ein Schwein und so weiter und so fort. Wollen ja kein Ranking aufbauen, was besser ist oder so. Was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video kommentieren mit Regenbogen Neverwinter in einem Wort. Großes R, Egenbogen. Großes N, Everwinter. Ein Wort Regenbogen Neverwinter. Und weil YouTube meistens so ein bisschen rumzickt mit Adzeichen und Hashtags und ich weiß nicht, was alles YouTube da mit seinem Algorithmus irgendwie macht. Deswegen nehmen wir einfach eure Ingame-Email-Adresse. Alles nach dem Adzeichen. Das heißt, so wie euer Account bei Neverwinter heißt, das ganz einfach dazu schreiben. Als Beispiel meine Ingame-Email-Adresse wäre snorks-at-snorks-unterstrich und alles hinter dem Adzeichen soll ich also schreiben zu dem Kommentar. Das wäre bei mir snorks-unterstrich. Und das reicht schon. Wenn ihr natürlich gerne noch andere Sachen schreiben wollt, dann immerzu. Aber diese beiden Sachen brauche ich ganz einfach für das Gewinnspiel. Regenbogen Neverwinter wird bei der Gewinnerziehung berücksichtigt und eure Ingame-Email-Adresse ist eure Identifizierung, dass nicht nachher ein anderer euren Gewinn bekommt. Wir haben heute den 29. Juli und ich gebe euch mal so bis zum 5. August 24 Uhr, also Mitternacht Zeit, euren Kommentar hier zu verfassen und am Samstag, den 6. August werde ich denn das Gewinnerziehungsvideo veröffentlichen. Dann wünsche ich euch viel Glück und gegebenenfalls dann auch viel Spaß mit euren exklusiven Modebegleitern in Regenbogen-Optik, aber erstmal habt eine schöne Zeit. Haut rein, bis denne. Tschüüüüüss!!! Untertitelung des ZDF, 2020